weiter Richtung Gefängnis immer? Trottel, ey! Hey, wait! Wait! Oh, ich sehe mich bewegen, aber ich glaube, das bist du, oder? Ne, ich bin eine Schuppe. Okay, da kommt einer von der Straße, wo wir hergekommen sind. Läuft jetzt am Strand. So Richtung Strand. Ist da, glaube ich, ein Häuschen rein? Ich bin hinter der Police. So ein Schuppen. Okay. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Motorradhelm, grünes Oberteil, normale Jeans. Soweit ich gesehen habe. Also er ist jetzt am Strand, ja? Er ist deinem Häuschen, da kommt er aus dem Häuschen raus. Weiß ich gerade nicht, wohin geht es. Hinter Bäumen. Bist du eine Waffe? Er hat keine Waffe in der Hand gehabt, soweit ich gesehen habe. Ich habe ihn noch nicht genau gesehen. Er war viel zu schnell weg wieder. Da wuselt jedenfalls einer rum. Sehe ich ihn gerade nicht mehr. Ich glaube, er ist in dem nächsten Haus quasi von der Straße. Richtung Police. Da kommt er raus. Gelbgrünes Haus. Ja, durchsucht die Häuser. Da sitzt er jetzt gerade drinnen. Wir sind da jetzt wieder rausgekommen. Okay, geht weiter in ein gelbes Haus. Wieder Richtung... ...Gefängnis? Police, meinst du? Nein. Gefängnis. Wirklich Gefängnis. Gefängnisinsel. Achso. In die Richtung einfach. Der Straße entlang. Er ist jetzt bei den Häuschen an der Straße. Ja, ich bin jetzt vor der Police. Ja, da sind ein paar Häuser weiter weg. Äh, ich glaube ein Haus weiter als du. Das gelbe da. Mit dem rötlichen Dach. Lass er doch. Hinter der Mauer. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh dich dich. Hey du. Was seid ihr? Hallo. Da reagiert nicht. Guckt er nicht mal? Hä? Ihr seid hier in der Bäume. Ich kann euch nicht mehr sehen. Einfach weiter gelaufen. Ich weiß jetzt nicht wo er ist. Ich seh ihn auch gerade nicht. Also ich seh euch nicht. Ihr seid genau in so ner Grauzone bei mir. So Tannenbäume. Ich bin jetzt wieder beim gelben Haus. Ja, also ich hab ihn noch nicht weglaufen sehen. Und sonst hab ich ihn nicht gesehen. Ah, er ist hier bei mir. Richtung Hügel. Äh, auch gelbes Haus. Mit nem Tank hinten dran. Äh, neben Police. Neben dem Schuppen, wo du drin warst. Anscheinend. Da ist so ein gelbes Haus. Äh, er ist beim Schuppen. Neben der Police. Der da, ne? Ja, genau. Da ist er irgendwo. Da, er rennt. Ja. Wow. Ja, das war ich, war ich, war ich, war ich. Ich wollte immer nur nen Warnschuss geben. Er rennt, äh, Richtung Gefängsinsel. Äh, Bahnhof. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Er ist beim Brunnen hier. Ja, ich muss doch grad gucken, weil ich schritt hin. Halber stehen! Welcher Brunnen? Er hört nicht auf mich. Er rennt einfach weg. Wo seid ihr? Wir sind jetzt unten am Hafen, an dieser großen Baracke. Da rennt er rein. Er ist ja beim Schuppen. Ja, ich seh euch nicht mehr. Hey du! Er soll stehen bleiben, sonst schießt du. Bleib mal stehen, sonst schieß ich. Als würde dich nicht sehen. Ist er. Ich hab ihn getroffen. Ich weiß noch nicht, wo ihr seid. Wir rennen gerade wieder raus. Ah, ich seh was. Ich seh was bewegen. Er ist da bei der Kreuzung. Irgendwo hab ich ihn verloren. Äh, weiter Richtung, wo wir hergekommen sind. Jetzt seh ich ihn nicht mehr. Er ist wieder irgendwo in einer Grauzone von mir. Da rennt er weiter doch. Wieder weiter Richtung, wo wir hergekommen sind. Fuck. Hast du geschossen? Jaja, er ist an der Straße entlang. Richtung, wo wir hergekommen sind. Ja, da renne ich auch gerade hin. Ja, da vorne seh ich was. Hinter dem Ortseingangsschild. Ach. Ja, das seh ich nicht mehr wegen dem Wald. Das seh ich nicht mehr. Kann es sein, dass ich auf dich geschossen hab? Ich glaube, er hat sich hier irgendwo im Wald verbrochen. Ja. Hat er eine Waffe gehabt? Nee, ne? Also, er hat was auf der Schulter gehabt, oder? Er hat nicht zurückgeschossen. Ich nehme an, er hat keine Munition. Ja, aber dass er nicht mal reagiert hat. Ich mein... Finde ich ein bisschen... komisch, ehrlich gesagt. Ich bin unten in der Stadt, gehe jetzt in den Wald rein, in der anderen Seite. Da, wo du sagst, dass er dich irgendwo verkrochen hat. Gucke mal, ob ich ihn noch irgendwo sehe. Da, wo wir hergekommen sind, hinterm Ortschild, da hab ich ihn zuletzt gesehen. Okay. Ja, wahrscheinlich läuft der irgendwo den Wald entlang, oder so. Ja, nehm ich auch an, dass er hier... Also, getroffen hab ich ihn auf jeden Fall. Ich hab Blutspritze. Ja, dann muss er sich vermünden. Was dummes, ich hab keine Munition mehr. Ja, das weiß er ja nicht. Ja. Aber er hat ja allgemein nicht wirklich reagiert. Bist du da bei den Gleisen? Ja. Ja, das bin ich. Okay. Alles klar. Ja, der wird weggerannt sein. Nächstes Mal nicht so lange machen. Wenn er überhaupt gar nicht reagiert, entweder dann sagst du halt, okay, ich lass ihn laufen, oder da ist nur die Gefahr, dass er dann eine Waffe findet und sich umdreht, ne? Ganz genau. Also, am besten einfach, wenn du entscheidest, okay, er reagiert nicht, das bin ich, dann einfach schießen. Ja, das weiß ich. Hier ungefähr... Also, hier am Ortsschild hab ich ihn zuletzt gesehen und er müsste hier... Hier ungefähr müsste er reingelaufen sein. Ich kann mir vorstellen, dass er hier irgendwo in der Tanne liegt. Ja, entweder das, oder er ist wirklich einfach weitergelaufen Richtung Beresino. Genau. Das Problem ist mit dieser Sprechtaste, ich kann nicht laufen und gleichzeitig die Sprechtaste drücken. Was ich mein? Ja. Dann ist es quasi auf Dauer senden. Ich weiß nicht, ob ich am Schluss vielleicht sogar auf dich geschossen hab. Da, 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 da. Straße kommt einer! Siehst du ihn? Von da, wo wir hergekommen sind? Ne, ist ihn grad nicht. ich komme von vorne hallo hallo kann ich Deutsch sprechen? ich kann bitte stand put your shoes on the road only your shoes, put on the road your shoes, your shoes do you want my shoes? yes your shoes or I should there you go thank you hast du aufgenommen? nein, mach nicht nimm sie auf ja hast du? ja, ich hab sie ja er kann gehen, oder? ja, do you have any food? ok, ok, thank you I can go have fun hey, food hey, wait 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 do you have any food? I'm sorry I'm sorry it's solved it's solved wurde ich gerade angeschossen? weiß ich nicht ich hab nur gerade so ein komisches Film nicht nicht ich glaub der, der folgt uns, der spottet uns, oder? kann sein go away I need food we have no food kusch, kusch ich will, dass er uns nicht folgt so, wir gehen los ist er tot? nein, ich hab ihm was hingelegt, damit kann er sich die Beine wieder flicken komm, nico, komm lauf bevor er kommt ich hab ihn nur also er hat nur was geschrien, oder? ja der spottet uns, deswegen, ich will nicht, dass er uns folgt, verstehst? ja, ja, für klar weil das ist dann wieder so einer, der seinen Kumpels im TS sagt, wie und wo und was blute ich? ne, ne? dir nichts, ich bin auch ein Stück hinter dir ja, weil so rot ist ach so, ok ich glaub, er fand's aber auch witz ja, was, ihr wollt meine Schuhe? wieder andere ey, ihr habt meine Schuhe noch ich seh einen fuck hab mich vielleicht auch gesehen ich bin weiter oben im Wald bei dieser felsigen Wand fuck eigentlich meinst du die hier, ich weiß es nicht ja, genau da bin ich jetzt drüber gelaufen und dahinter waren zwei ich weiß es, die haben mich jetzt wahrscheinlich gesehen ich weiß jetzt nicht mehr, wo sie sind da sind sie auch schon weiter gelaufen aber bei zwei trau ich mich ehrlich gesagt nicht alleine ran, die haben auch Waffen gehabt mhm die sind schon über die, du musst weiter nach diesen Felsen ich weiß jetzt nicht, wo sie hin sind ich trau mich ehrlich gesagt ich weiß jetzt nicht, wo sie hin sind ich trau mich ehrlich gesagt hinter dir, da waren sie zuletzt so weiter Richtung Stadt quasi ich lieg in so nem Busch drinnen mal gucken die sind auch so komisch die sind vorher unten an der Straße gelaufen und dann sind sie hier in der Wald hoch damit hab ich halt nicht gerechnet ich denke mal, dass die auch irgendwo snipern wollen oder einen Sniper positionieren oder so ich bin über dir, ne? bisschen weiter noch ich guck jetzt gerade, ob ich die noch wieder sehe der eine hat den gelben Backpack den anderen weiß ich jetzt nicht kann auch sein, dass die weiter gelaufen sind wahrscheinlich, sonst hätten sie dich wahrscheinlich angegriffen wenn sie dich gesitten hätten ja, er hat aber schon in meine Richtung sich umgedreht und wieder geguckt kann auch sein, dass sie sich jetzt einfach irgendwo anders positioniert haben oder dass ich sie verscheucht hab oder sowas ich bin jetzt schon mal Elektro Eingangsschild da vorbei das ist Elektro? das ist Elektro? wenn ich mich jetzt nicht allzu verguckt hab, war das Elektro ich musste kurz nachladen, deswegen bin ich noch im Wald ich bin jetzt auch Anfang Stadt äh, aber im Wald ok also so am Waldrand und jetzt geh ich gerade auf so eine Wiese mit Bäumen zu hinter so einem Schuppen uah, ich bin wohl äh, geschossen ich bin tot ich bin tot scheiße ich bin tot 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 Ja, wassup? Bitte? Na, na, I don't speak German. Ah, okay. I speak English, but only a little bit. A little, little bit. Oh, it's cool, no problem. Ja, it's cool, no problem. Ja, wassup? How you doin? Just kinda looting, or...? Can I? Or do you shoot me? Yeah, you can wait, yeah, yeah. No, no, no. You can wait if you want, no problem. Oh, hallo. What? Heh, not sure. Hi. I'm sure there is no more in which I can use. Yeah, I'm happy. I'm happy with that. I get the idea of the shouting. I agree when the support of Psalm 4 is starting, but they can always ask me for the answer to the question. I'm not sure if you don't have any questions, Danke. No problem. Have a great day. Uh, you too. Uh, can I know your name? Yeah, you can come all of it. What? Yeah, yeah, that's cool. Bye-bye. Bye-bye. Musst du doch noch den Namen wissen. Wo bist du denn? Weißt du das schon? Südlich von Beranzino, glaub ich. Ich... Hallo. 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 Bei dir ist auf jeden Fall viel los. Ja, ich hab gerade den einen verlassen und den nächsten getroffen. Ähm... Was sagst du? Beranzino? Südlich davon. Ich kenn die Stadt hier nicht so richtig. Ich vermute ja fast, dass das irgendwie Cerno ist. Es hat so Hochhäuser. Riesenfabrikhallen. Was ist da irgendwo im Brunnen? Oh. Ob das noch der gleiche ist? Oh. 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 Hey was's up? Hey, what's up? Uhm... It's me, again. Yeah, sie ist fine. She is fine. I met her before. Yeah, yeah. I remember you. No problem, no problem. Hey, again. Weißt du... ...Water, drink? Yah, yah, yah Ah, Angebot. Ah, I need you too. We are bloody helpful. Covid. freundlich war der gerade auch, dass ich Kopfschuss gekriegt hab oh oh, ich glaub ich hab mich übersoffen ja, ich muss kotzen tu's nicht Feuerwehr? Feuerwehr, genau nicht in die Feuerwehr getraut ich überlege gerade, ob ich da reingehe um zu gucken ob es da eine schöne Axt hat oder sowas hallo warte, hast du eine PN 73? äh, nein, 175 ok, tschüss tschüss was wollte? ne PR 73 oder äh, er meint ja wahrscheinlich die, die, die ähm ist das nicht die RAG? PM 73? kann sein, kann sein, ich weiß es nicht ich weiß es auch nicht ich kenn mich weder mit Waffen noch mit der Map kenn ich mich 100% aus nur wenn ich sie sehe, kenn ich sie ach so, ja, der kleine Rucksack wär auch besser weil ich dann über meine Schulter gucken kann das kannst du nämlich mit nem großen Rucksack kannst das nicht in der First Person das ist ein bisschen Kacke hat Elektro Hochhäuser? ja, ne? keine Ahnung, Elektro gehört nicht zu meinem da bin ich nicht so oft nicht, wenn ich es vermeiden kann eine Axt, eine Axt, eine Axt nimm sie supi eine schöne, schöne Axt Okay so, die muss ich das nur hier so mal die Axt bereitlegen tön, 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 tön dann haben wir Verbandszeug da Oh Oh. Hallo? Da ist das Problem, dass ich... Uah, ich bin nicht überschritten. Ich wurde angeschossen. Sunny! 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 Rache! Rainer! Ja, ich versuche noch den Typen zu töten. Falls ich sterbe, mache ich auch kurz eine Pause. Mach den Kuchen fertig! Kuchen. Wieso kann ich nicht rennen? Schatz, ich muss mich gerade kurz konzentrieren, ja? Wieso renne ich so langsam? Jetzt verstehe ich nicht. Wo ist der Affe hin? Wer war doch? Der war hier irgendwo. Oh, nicht jetzt, Nico. Sani! Sani! Ja, soviel dazu. Ich bin tot. 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 Ich bin tot.